Servus Leute! So, haben wir wieder mal was von DBE. Wo haben wir es da? DBE, ich bin ja von DBE. Sie sind schon gelaufen. Sie sind schon gelaufen, ja. Ah, da steht die Blaise Velio Feuerbachs. So, die Zeug Spezial Made in Italy. So, da sind die schönen Masches. Die lege ich mir gleich auf die Seite. Oh, die Klingenschirren. Ja, das ist richtig. Schau, der Treibkopf vielleicht. Toys! Stellen wir mal einen hin. Ja, da stecken wir wieder einige. Das werdet ihr nicht so legen. Was? Schau mal! Ja, da ist die ganze Hüte drin. Alter! Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Das war aber von oben schon. Die Hüsen liegen noch da. Boah! Ja, das hätte eh alles weggefetzt wahrscheinlich. Wenn der richtig explodiert war. Ja, ja. Ja, bist du Wahnsinn. Der ist einfach gut. Liegt auch noch die Hüse hinten. Ah, ja. Vielleicht ist der zu massiv. Oh, der ist wohl nicht gut. Dann schmeissen wir die wieder, oder? Nein, 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 nein. Das ist wirklich gefährlich. Das ist wohl nicht gut. Das ist gut. Boah! Ja, was haben wir noch? Hallo, jetzt einhauen wir noch. Geil, wieder ein Kreis. Ja, kann man auch da. Machen wir einen Grise. Oh, da geh ich jetzt schon weg. Aber ich hab Lust. Ja, auch. Aber wenn die da noch trifft. Boah, bist du nicht mehr. Der ist ja gerade auch umgeknobelt. Boah. Umgeschleudert. Wie es war halt. Aber Arni ist nicht losgegangen mal wieder. Hat es nicht so leck. Ja, aber sonst waren sie nicht so schlecht, wenn sie sich gescheit zerreißen. Aber das war es ja schon wieder gewesen mit den älteren Schwankern. Also, bis zum nächsten Mal. Und zerfuss.